Hallo und herzlich willkommen zurück zu Casino Resort Tower. Ich bin Dr. Wolfserz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, ich habe gesagt, wir legen die Leitungen um und das machen wir auch. Und das wird wahrscheinlich recht teuer sein. Deswegen werde ich einmal ein bisschen laufen lassen, damit wir Geld haben. Ich schätze mal so. Ja, 80.000 sollten wir schon auf der hohen Kante haben dafür. Das geht ja aber dank der Preiserhöhung, die wir vorgenommen haben, recht schnell. Halt, stopp! Was ist denn hier los? Ich glaube, die Dinger sind leer. Da haben wir nicht mehr genug Vorrat. Oh, nee. Customer found too expensive. Ja gut, ich nehme mal so eine Cola für 8 Euro. Hm. Die Armen können sich das nicht mehr leisten. Das ist natürlich jetzt auch nicht so super, aber wir lassen es aber trotzdem so. Weil das Geld stimmt einfach. 80.000. So, dann pausieren wir. Gehen in den Utility-Modus. Und ja, wir haben relativ viel zu tun. Also die Leitung geht ja hier schon hoch. Das ist ja alles in allem schon ganz richtig so. Jetzt würde ich aber alle Leitungen einmal hier entlanglegen. Ich überlege gerade, reiße ich alle einmal ab? Das ist viel Arbeit, aber wir machen das mal. Weil ich denke nämlich auch drüber nach, noch was anderes zu machen. Es wurde vorgeschlagen, dass wir einfach alle Leitungen als ja, dass wir nicht mehr eine Leitung pro Stock haben, sondern quasi alle zwei Stockwerke so eine Mittelleitung haben. Die Idee finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Deswegen würde ich das mal eben umsetzen. Ah, es ist leider sehr umständlich, alles abzureißen. Man kann leider kein Rechteck ziehen. Ich kann nur einen Anfangspunkt setzen und dann in eine Linie drüber herziehen. Und man sieht es nicht mal. Also hier muss noch viel Arbeit vom Entwickler gemacht werden, damit dieses Tool besser oder zumindest übersichtlicher funktioniert. Das ist suboptimal, sage ich ehrlich. Aber gut, wir haben es ja gleich zumindest auf der einen Seite schon mal fertig. Die Elektrik ist weg. Ich mache jetzt auch gleich auf beiden Seiten alles weg, was da ist. Das heißt, hier noch die Wasserleitungen. Haben wir noch eventuelle Brücken? Haben wir hier gar nicht, ne? Nee, aber wir haben noch Internetleitungen. Okay, so. Switch ist auf der Seite. Machen wir jetzt zuerst weg. Ab die Brücken machen wir gleich. Können wir nur einzeln machen. Internet. Internet Brücken. Da ist noch ein bisschen Leitung. Wo war es denn jetzt? Da. Electricity. So, da ist alles weg. Leider sehr unübersichtlich, das Ganze. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles weg. Und dann haben wir jetzt noch ein paar. Da ist noch einmal Sewage. Und jetzt haben wir noch ein paar Wasserrohre und dann ist alles weg. Gut. Aber Pause darf jetzt nicht raus, weil sonst drehen die ja alle am Rad. Kann ich auch verstehen. So, wie gehen wir jetzt vor? Wir machen zuerst die Stromleitung. Das ist das Wichtigste. Denke ich mal zumindest. Macht am meisten Sinn, damit anzufangen. Wir haben hier natürlich unsere Generatoren. Die sind hier. Das heißt, die müssen sowieso alle angeschlossen werden. Und jetzt überlegen wir mal. Alle zwei. Und wo ist denn das Erdgeschoss? Das Erdgeschoss ist hier. Wenn wir mal auf dem Erdgeschoss anfangen mit einer Leitung, die so komplett durchgeht. Und zwar auf... Puh, wieso hat das nicht geklappt? Da kann ich offensichtlich nicht mehr bauen. Das ist dann... Also nur bis... Hier geht es auch bis ganz außen. Egal. Dann geht es halt nur bis da. So, und jetzt alle zwei Etagen quasi eine. Das heißt, hier wäre die nächste. Dann hier die nächste. Und dann ganz oben wieder. Dann hier unten. Das wären jetzt die Querleitungen. Und dann brauchen wir natürlich eine Steigleitung. Und da nehmen wir jetzt hier im Fahrstuhlschacht ganz rechts die Seite, würde ich sagen. Obwohl sinnvoll wäre eigentlich ganz links zu nehmen. Weil dann haben wir... Oder hier diese Leitung. Weil dann haben wir die Lampen und die Fahrstühle alle schon mit drin. Also quasi so. Ja. So. Und jetzt... Gehen wir einfach nur hin... Und ziehen... Jeweils zum nächsten. Das sieht scheiße aus. Hahaha. Ja, das sieht total scheiße aus. Also machen wir so. Das sieht total scheiße aus. So. Ja, oder wir machen, ja, wir machen durch diesen Fahrstuhlschacht auch eine Leitung durch. So. Ist besser. Ja, hier in dem Fall leider einmal nicht so schön. Frag mich, warum? Ist das die Lampe oder was ist da noch nicht angeschlossen? Keine Ahnung. Warum ist das jetzt rot? Ach, ist alles rot. Ja, okay. So, okay. Das würde bedeuten, dass wir hier so anschließen. Das sieht natürlich wieder nicht so schön aus. Das ist die Lampe. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, und dann weiter hier unten. So, und das ist jetzt vielleicht nicht super toll schön. Aber ich denke, es ist ein guter Weg. So, und dann weiter hier unten. Sind die Kästen hier unten länger? Das ist hier oben Tatsache. Im Keller sind die länger, die Kacheln. Interessant. Wundern mich nämlich gerade, warum die Abstände hier größer sind. Und ja, ist so, wie es ist. Oh, mein Gott. Macht aber nichts. Und jetzt geht's. Gut, die rechte Seite ist fertig. Jetzt links. Naja, eigentlich müsste hier unten ja auch wieder eine Leitung hin. Und dann wären die eigentlich so gekommen. Okay, so weiter geht's. Okay. 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 dran. Jetzt kommt Internet. Machen wir zuerst. Da haben wir schon das erste Problem. Das heißt, da können wir Strom schon wieder ändern. Gut, ist nicht schlimm. Mach es hier ausnahmsweise so. Hier das gleiche. Fällt mir nicht so gut. Vielleicht werde ich die Lampe noch verschieben, weil das ist die Lampe, die hier oben das Problem darstellt in diesem Raum und auch hier in diesem Raum. Ist jetzt aber erstmal gerade nicht so wichtig. So hätten wir die auf jeden Fall angeschlossen und dann müssten wir Ja. Da ist der Schrank. So, dann wäre Internet auch angeschlossen. Hier brauchen wir das nirgendwo. Dann kommt jetzt als nächstes Wasser. So, Wasser legen wir dann... Ja, Wasser ist natürlich schon ein Problem, weil wir kommen ja hier nicht mit der Brücke drüber her. Hätten wir eigentlich einen Abstand lassen müssen beim LAN-Kabel. Jo. Da muss immer ein Abstand drin sein. Ich liebe ja alles doppelt zu machen. So, Wasser. Wasser kann ich jetzt auch nicht her, weil wir noch Abwasser hochziehen müssen. Also müssen wir eigentlich hier auch wieder einen Abstand halten. Wir können also nicht den reinen Faschschacht nehmen. Gut, dann kommt Wasser jetzt hier hin. Und dann kommt zero und sehr zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Damit wäre der Platzbedarf gedeckt Wunderbar! Leute, vielen Dank fürs Zuschauen! Eine reine... Wartet mal... Hier ist keine Internet-Connection da Was habe ich denn da übersehen? Aber jetzt ist alles da Die zwei tatsächlich vergessen Da macht ja nichts Weil jetzt ist es ja da Okay, also In der nächsten Folge werden wir prüfen Ob wir unseren Mitarbeitern noch ein paar Gefallen tun können, indem wir die Büros Mit weiteren Gegenständen einrichten Wenn wir hier zum Beispiel schauen, sehen wir Dass wir gerne ein Sofa im Büro hätten Oder dass die Office Security höher als 1 sein sollten Dass im Büro eine kalte Getränkemaschine sein sollte Ein Bücherregal Und er möchte auch gerne Ich möchte gerne in einem Büro Auf mindestens vierter Etage sein Naja, und so weiter und so fort Das alles Würde aber noch einen deutlichen Umbau bedeuten Und da überlege ich, ob wir einfach an diesen linken Block Ich sag mal noch so Vier Kacheln nach links ransetzen Und die Räume alle insgesamt ein bisschen vergrößern Das ist ein riesen Umbau wieder Keine Frage Aber Offensichtlich ist ja ein gewisser Bedarf da Und dem möchte ich dann ja auch wohl nachkommen Aber alles Ab der nächsten Folge Danke fürs Zuschauen Bleibt gesund Euer Dr. Wolfs Herz Ciao Ach, das machen wir auch noch eben Sag ich noch nicht tschüss Ja 50.000 haben wir bezahlt Also war gut bis 80.000 zu warten Gehälter könnten wir auch mal wieder hier machen Dann bleiben uns die 30.000 So auf der Bank Okay, jetzt aber Ciao, bis zum nächsten Mal